Fick mein Leben So Freunde, was geht? Es ist 11 Uhr, ich bin auf der Piste und es wird Zeit für das erste Weizen Auf geht's Jetzt haben wir uns schön entspannt zwei Weizen gegönnt und jetzt fahren wir ein bisschen weiter Es ist extrem neblig und schneelastig Also man sieht sehr wenig leider Deswegen auch die Maske Ich hasse es, den Schnee in die Fresse zu bekommen Aber wir fahren jetzt noch ein bisschen so eine gute Stunde und dann denke ich mal Mittagessen Aber ein sehr cooler Ausflug bisher, definitiv Es gibt ein kurzes Update Ich glaube, wie man sieht, sieht man gar nichts Wir haben jetzt eine Abfahrt gemacht und dann haben wir zwei Weizen getrunken Und wisst ihr was? Es ist wieder Zeit für den Weizen Wir kehren wieder ein Der Kollege hat es einfach verstanden Und dann haben wir uns weitertet Und dann werden wir mal Wir haben keine Abfahrt gemacht Und dann sind wir einfach Einer Familie Und dann bin ich Wir müssen mal über das Und dann sind wir Wir müssen mal über das Und dann sind wir Wir müssen über das und dann sind die Familie Wir müssen über das etwas Kostetern Und dann sind wir Wie ist das Ich versuch in eurem Leben schön nach unten zu bereisen und es bringt einfach so und sehr viel. Nicht weil ihr Urlaub macht, sondern weil ihr einfach so viele Eindrücke sammelt. Und das macht euch zu so einem besseren Menschen. Also wirklich, wirklich wow. Sehr geiler Tag. Untertitelung des ZDF, 2020